Wir sind nur als Acht unterwegs. Wir müssen jetzt sehen, dass sie so etwas dreckig sind. How do you feel so far? No, not for the fuck. I have more anxiety with some legs. That's what you call it. Diversionary anxiety. It's like if you're gonna amputate a leg, you pinch somebody in the hand. That would be an extremely high study. ... ... ... ... ... Sie sehen? Ja. Das kann nicht mehr. Das ist schön. Ich weiß, ich weiß. Das ist schön. Das ist schön. Vielleicht ist es da. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. So, was your mom be saying to this right now? I don't think she'd be a big fan. Does she open her eyes? How can I worry about falling in my death? When I don't know where my bags are. You're worried more about the Murren prices? Or the great height? Where are the clouds, by the way? Yeah. Have you always popped? Yes. I know. We're going to keep digging. Yeah. Sitting down there. Yeah. There. Cool now.